Guten Tag, Freunde der russischen Nationalhymne. Ich kann nicht verstehen, warum die Deutschen nicht ein bisschen mehr versuchen, ihrer eigenen Kultur treu zu bleiben. Ich verstehe es nicht. Was ist da schief gelaufen? Ich weiß es nicht. Die Russen, die können das. Die sind ihrer Kultur treu. Deutsche? Irgendwas ist da. Ich weiß es nicht. Darum spiele ich jetzt die russische Nationalhymne, aber in gekürzter Form. Ich weiß es nicht. Auf Wiedersehen. Das steht an dir. Untertitelung. BR 2018 Vielen Dank.